Okay. Können Sie sich hier die Ladung kaufen? Nein, schade. Jetzt habe ich ein Ohrbogen. Lea, wir haben unserem Mädchen offenbar ein Begrüßungskomitee geschickt. Verdammt. Sie hat ihre Gastfreundschaft wohl abgelehnt. Rippity! Wir jagen eine fähige Soldatin. Ja, aber sie hat eine Spur hinterlassen. Sie weiß also nicht, dass wir ihr auf den Fersen sind. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Bei einem goldenen Schnitt. Also durch den goldenen Schnitt durch. Das willst du doch nicht. Scheint aber eine gute Kämpferin zu sein. Man sollte sie nicht unterschätzen. Ich warte mal auf das größere Vieh, was man besiegen muss. Scheiße. Noch mal. Overkill. Masterkill. Ach, da vorne ist sie ja. Die Maid ist in Not. Hallo. So sieht's aus. So sieht's aus. Auf jeden Fall, pull die Spur, und den Typen aus! Ich schaue Lass zurück. Oh Gott! Ich schaue aus. Pfeffer! Ich schaue aus! Bisschen! Ja, zweimal wenigstens. Es ist ne ganz miese Position. Definitiv! Bye-bye! Und wieder rechts, links, rechts! Ein bisschen Freyclimping hier. Hallo! Scheiße! Ich konnte nicht schießen! Keine Sorge, ich hab ihn erwischt! So sieht's aus. Kann man nicht... Oh Mann! Kannst du nicht mal runterspringen? Wenigstens runterklettern. Oder so. Und R2-D2 wieder. Ihr Signal ist tot. Sie ahntet was. Ein Spaß wie die ganze Zeit. Hm. Man kann... Ah! Detonation freischalten. Schmettert das Ziel auf den Boden, um eine gewaltige Detonation zu erzeugen. Während normale Gegner mit enormer Gewalt durch die Luft geschleudert werden. Werden größere Gegner zu Boden geworfen und betäubt. Das klingt doch vielversprechend und spaßig vor allem. Detonations kaufen. Wie aktiviert man die? Drücke und halte Kugel drückt. Ah ja, okay. Dann kaufen wir uns erstmal drei. Und jetzt sind wir auch mit den Punkten am Ende. Ich dürfte nicht so viel ausgeben. Aber wir kriegen bestimmt noch mehr Waffen. Jemand zu Hause? Also, dafür, dass wir fremd da sind... Aber wir können nicht mehr als Fader auf dem Planeten landen... Da sind wir nicht ganz schön daneben. Und... Ja, das war schon gut. Oh, Alter! Davor?! Jemand, das ist ja echt ein Gewalt. Dann machen wir alle gewaltig Punkte. Kam oder die你有bleiben? Das Lied ist Kriegshandwerk! Und da rumschießen! Ach, ich liebe es! Och, was machst du denn? Mist, was ist das? Ein Punkt für die Lady! Noch steht's 1-0 für dich! Oh, Ichi! Du musst nicht über dem Weg stehen! Das hilft mir nicht weiter! Das hilft mir nicht weiter! Bäh! Wenn ich das getrunken hätte, könnte ich ja mich wenigstens rausreden, aber so... Kann ich gar nichts sagen, wenn ich Scheiße spiele! Magen! Scheiße! Och, wieder ein großer! Wechseln wir mal die Waffe! Aua! Und tschüss! Böbelgranate! Hallo Baby! Mein Schnuckel! Ey, so macht das Spaß! Punkte, 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 Überpunkte! Das ist ja wie im Lotto! Mal ein bisschen beeilen, weil der Akku wieder ausgeht! Wir kommen in der überwältigendsten Station der Außenquadranten! Und europäische Glücksgefühle durchziehen den gewaltigen Terror-Dome! Alles alle! Oh, schade! Um Sie und Ihre gesamte wunderschöne Familie zu verzücken! Ach, wie schön! Sind wir bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut! Als ob wir eine Wahl hätten! Ist auch schon sehr unterhaltsame Gespräche! Zweiter Akt, Kapitel 2! Der schlimmste Familienurlaub! Äh, das Bild sagt, glaube ich, schon alles, oder? Ach du Scheiße! Ach ja, das wird cool, das wird cool! Cool, cool, cool! Bin heute gut raus! Willkommen zu Ihren schlimmsten Albträumen und Ängsten, dem Terror-Dome! Yeah! Terror-Dome! Jetzt bist du Kinder! Uh! Bauen das da! Magazin kaufen! Sieht mir aus wie eine Schrotflinte! Ja, denk schon! Und ich stehe auf Schrotflinten! Nicht so cool! Ja! Vielläufig! Das kann auch bloß geil werden! Hallo, Rexi! Oh, Mann! Ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war! Ich kann dir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten! Sieht aus, als würde einer fehlen! Oh! Da fehlt einer! Hahaha! Oh weia! Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt! Ach, komm schon! Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust hier mit einem dieser Makathons rumzuwilten? King Kong! Nicht gut! Oh, oh! Hallo! Hahaha! Tut mir leid! Wollte ich nicht! Hab mich bloß erschreckt! Weg ist er! Oh, wir sind King Kong! Seh ich genauso! Wungjang auch, danke! Ah, man kann auch die Muni mit dem Patschen ranholen! Das ist ja geil! Tschüss! Ist er tot? Ja! Sie müssten eigentlich nach dem Schuss tot sein, oder? Ja! Hab ich jetzt Punkte gekriegt? Ist mir schon wichtig, die Punkte zu bekommen! Und... Scheiße! Ich abschleunbert했어! Ach, die dicken haben die Shotguns, oder wie!? Jetzt stirb doch mal! Die Fresse! Ich, ich muss dir wirklich mal sagen, du kannst ein bisschen mehr machen! Hast du wieder deine Tage, oder was? Ich geh jetzt noch ! Ich hab mich aber bellen!